Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin-Update-Video. Wie ihr schon seht, es geht hier um Phantom, also FTM. Einer der, ja, sage ich jetzt mal, positiven Überraschungen der letzten Wochen, beziehungsweise Monate, beziehungsweise einer der wenigen, der nicht einen kompletten Abflug nach unten hin gemacht hat. Wir werden uns das heute nochmal ein bisschen genauer angucken. Wo sind meine möglichen Kaufzonen im Falle einer Korrektur? Wo wird es ernst? Auch Trade-technisch würde ich hier sogar sagen, kann man hier etwas positiver die Sache herangehen als bei anderen Coins. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier doch starten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe auf jeden Fall gerne joinen. Dort werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es irgendwas Neues gibt. Updates, News, Signale etc. kommt da gerne rein. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und außerdem, wenn ihr das Ganze auch traden, Spot kaufen möchtet, also FTM, gerne bei meinem Partner BingX vorbeischauen. Dort läuft auch momentan eine coole Aktion, Super X Futures. Ja, Wettbewerb, wenn ihr Trading interessiert seid, gerne mit dem Link unten in der Videobeschreibung anmelden. Außerdem unterstützt ihr mich damit. So, jetzt schauen wir uns aber Phantom an. Momentan traden wir hier bei 68 US-Dollar Cent, haben hier eine Market Cap von knapp 2 Milliarden, also überhaupt kein Low Cap mehr. Potenzial nach oben hin damit meiner Meinung nach auch ein bisschen geringer. Aber das werden wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Im Chartverlauf, habe ich ja schon im Intro gesagt, muss man schon sagen, ist es eine positive Überraschung. Also wir befinden uns hier klar noch in einem Aufwärtstrend. Das ist ganz gut ersichtlich. Von unserem Tief, was wir hier am 5. August hatten, also in der Nacht, wo auch Bitcoin gecrashed ist, haben wir uns hier wieder deutlich erholt. Also wir sind hier bis auf 26 US-Dollar Cent runtergefallen und traden momentan bei 68 US-Dollar Cent. Kann sich auf jeden Fall sehr, sehr gut sehen lassen. Und auch von unserem damaligen Bärenmarkt Low, wo wir gekauft haben hier unten, das war unsere Kaufzone bei 17 US-Dollar Cent, sind wir nach derzeitigen Stand immer noch 300% im Plus. Habe aber meinen Einsatz bei 100% schon wieder rausgezogen. Also hier laufen nur noch Gewinne mit. Trotzdem, interessanterweise, würde ich hier auch nochmal nachkaufen. Und zwar, wenn wir hier nochmal in den Bereich der 42 US-Dollar Cent reingehen. Wir befinden uns hier auf dem Daily-Timeframe. Hat einerseits mit dieser Ineffizienz hier unten zu tun. Guter Spot-Buy-Bereich. Außerdem, wenn wir uns mal das FIP-Level ziehen, von unserem Tief bis zu unserem jetzigen Hoch, sehen wir auch, dass sich hier unten so langsam das Golden Pocket, beziehungsweise das 0786er befindet, wo wir im Endeffekt nochmal nachkaufen könnten. Also interessante Bereiche. Der nächste Bereich würde dann hier unten bei 33 beziehungsweise 30 US-Dollar Cent liegen. Die Bereiche solltet ihr noch kennen aus den anderen Update-Videos. Und auch die, wo hier eingestiegen sind erst, haben jetzt schon 100% Plus. Also auch hier lohnt es sich, Profite zu nehmen. Einfach mal drüber nachdenken. Und der letzte Preisbereich wäre dann hier unten die 17 US-Dollar Cent. Und ich habe ja auch gesagt, Trading wäre hier auch möglicherweise drinnen. Vor allem, wenn wir uns mal hier, ich habe das FIP-Level mal von unserem Hoch bei 1,23 Euro gezogen bis zu unserem Tief, was wir am 5. August eben hier gebildet haben. Da sehen wir schon ganz gut, dass hier oben ordentlich Widerstand reinkommt. Hier bei 87 bis 90 US-Dollar Cent mit eben diesen Hochpunkten. Also da könnten wir dann sogar nochmal überlegen, ob wir hier sogar einen kleinen Short runter machen. Wären zwar 10%, das ist schon heftig, aber wenn wir hier in Etappen möglicherweise reingehen, könnte sich das ordentlich lohnen. Da werde ich euch dann aber nochmal gegebenenfalls auf den Laufenden halten. Sollte es dann wirklich so weit mal runter gehen. Aber diesen Bereich hier oben würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, auch für die Leute, die möglicherweise noch Profite nehmen wollen oder auch erst hier unten eingestiegen sind bei 42 beziehungsweise 37 US-Dollar Cent. Nehmt lieber Profite. Ihr wisst, Altcoin-Markt, wir haben keine Altcoin-Season. Es ist sehr, sehr gefährlich, hier immer auf 10, 20, 30x oder sowas zu schälen. Schauen wir uns mal den Gesamtmarkt an, also so auf den größeren Timeframes. Eigentlich relativ klare Struktur. Riesige Seitwärtsphase. Genauso wie damals bei Chainlink mit verschiedenen Kaufzonen, guten Akkumulationsphasen, wo man immer wieder kaufen kann oder konnte oder auch noch möglich ist. Würde ich jetzt nicht abstreiten, weil ich ja immer noch von einer großen Korrektur ausgehe. Bullrun-Ziele bin ich hier sogar optimistisch, dass wir hier die 2,15 Dollar nochmal sehen könnten. Das wäre nach herzigen Stand nochmal 200%. Sollten wir natürlich Korrekturen nochmal reinkriegen, wären das natürlich nochmal höher Prozente. Aber trotzdem, ich gehe das Ganze immer ein bisschen pessimistischer an. Vor allem, weil hier oben ordentlich Volumen getätigt wurde, beziehungsweise viel Price Action hier in diesem Preisbereich war, würde ich mich erstmal auf das Golden Pocket versteifen und dann einfach weiterschauen, wie der Markt dann hier oben reagiert. Ja, gerne jetzt mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von Phantom haltet. Wie läuft der Coin bei euch? Seid ihr schon drin? Würdet ihr noch kaufen? Oder lasst ihr das Ding komplett weg? Also für meine Seite, wie gesagt, wir sind hier schon ordentlich im Plus. Trotzdem würde ich hier unten nochmal kleinere Nachkäufe auf jeden Fall tätigen, weil man muss wirklich sagen, es ist einer der Ausnahme-Coins, die auch wirklich performen. Wir haben uns so viele Altcoins jetzt angeguckt und ihr kennt immer nur die Fahrt nach unten komplett. Hier muss man sagen, ist es mal eine ordentliche Ausnahme. Das war es auf jeden Fall von mir. Wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Gerne mal eure Coin-Wünsche noch unten in die Kommentare reinschreiben und dann war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay critical.